Was seid ihr überhaupt? Alter. Ah. Weil das brauchen wir, um hier raufzukommen. Und hier benutzen wir dann das ganze Ding. Zaaack! Öffne dich. Ich hätte es cooler gefunden, wenn das Maul so aufginge und nicht so der Kopf weg. Aber gut. Sieht so auch ganz akzeptabel aus und angenehm. Geh mal rein. Letzter Tempel. Der Somaria-Stab wird hier benötigt. Wenn wir den auf diese Fragzeichen hier hämmern, erscheint es zu einer Plattform und die befördert uns dann hier rüber. Und ungefähr genau so ist der ganze Tempel aufgebaut. Wir können das Ding natürlich steuern. Nee. Das ist hier drin. Herz. Äh, nee. Gehen wir mal da lang. Der Tempel ist nämlich definitiv verwirrend. Oh, das wird so klasse jetzt. Nein. Nein. Schnell. Nein, der fährt da lang. Kacke, das müssen wir dann auf dem Rückweg machen, ne? Okay, machen wir auf dem Rückweg. Scheiße. Soviel zum Thema Rückweg, ne? Ich kapier's nicht. Also. Wie wär's, wenn wir einfach mal unten rumfahren? Ich mein, das schadet ja nix. Fahr. Fahr. Fahr schneller. Schnell. Nein! Du Arsch! Ich brauch Magie. Ich brauch Magie. Äh, ich hab ja noch so'n Ding. Bitte lass da nochmal Magie drin sein. Das spielt so scheiße unfair. Das klingelt, ist mir egal, denn es ist mein Zuhause. Okay, okay. Wir fahren unten entlang. Moment. Jetzt ist die Tür auf. So, 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 so. Das ging ganz schnell jetzt. Feuerstab, Feuerstab. Mann, 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 Mann. Das ist jetzt hoch. Mach mal anders. Jetzt müsste die Zeit definitiv reichen. Bitte lass uns jetzt nicht irgendwas brauchen für diesen Kackraum. Äh. 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 Karte. Magie. Danke. Hätte auch ein größeres Fläschchen sein können. Ach, was hat's. Schätzlichen Birner-Stab benutzen können, dass wir den einfach mal ein bisschen öfters benutzen. Ja, aber nee. Nee, nee. Ist schon okay, sieh. So, dann hätten wir... Ich glaub, das ist der Partner, an den ich mich erinnere, weil er einfach scheiße war. Erledigt. Können wir uns auch gleich den nächsten Schlüssel holen. Platten. War ja klar. War ja klar, dass es fliegende Platten sein müssen, die mich hier wieder verfluchen. Die haben mir, glaub ich, eins von meinen ersten Game Over eingebracht. Kann das sein? Auf jeden Fall haben sie mich sehr geärgert. Was ist da was? Wie gesagt, dieser Tempel ist sehr magiebelastet. Also, wir haben den magischen Umhang gebraucht, den Birner-Stab, den Somaria-Stab, den Feuer-Stab. Äh, ja. Komm schon. Alle letzten zwei Platten. Scheiße. Ah, wie viele Platten sind das? Gottverdammte Scheiße. Ich nehm' mich so. Das war jetzt für nix. Komm schon. Wieso war das für nix? Jetzt zieh doch mal da dran. Das war für nix. Toll. Für ein bisschen Magie und ne Fee. Okay. Ich wär' eben ziemlich gearscht gewesen. Wohl, braucht der Somaria-Stab, Energie? Ich weiß es nicht. So, geh' mir doch einfach mal da rein. Nimm noch ne Kombo mit. Und was bist du? Wir brauchen noch einen Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super. Ah, den hinterlässt du uns, Gott sei Dank. Super Gegner. Ich mag Gegner, die das Ding gleich hinterlassen. Die können wir nicht töten, ne? Hier brauchen wir nur einen Schlüssel. Das ist richtig cool. Kann man hier vielleicht irgendwas verschieben? Ah. Ich wollte eben sagen, weil... Das Ganze hier steht nicht umsonst. So. Gut, 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 gut. Nicht, dass wir nochmal so ne Abfackstelle hier machen müssen. Oh ja, kostenlose Feen. Kostenlose Feen für mich. Komm her. Okay, dann haben wir sie eben gleich so eingesammelt. Die will ich aber einfangen mit dem Schmetterlingsnetzchen. Ich hab noch ne Flasche frei. Geh ne Flasche aufbewahren. Dankeschön. Äh, ja. Durch die Röhren können wir hier durch. Dann werden wir hier so durchtransportiert. Und ich glaub, irgendwann kommen wir an der großen Truhe raus. Aber zu der will ich noch gar nicht kommen. Oder kommen wir hier erst zum Schlüssel? Zum großen. Hier kommen wir zur Truhe. Das sprühen wir einfach mal ein bisschen. Boah, die Dinger haben ganz schön Stoff drauf. Ich will eigentlich nur noch das Item haben. Die Prinzessin da raus holen. Und ja, raus aus dem scheiß Tempel. Das ist so mein Ziel. Ah, ich will kein Bunny werden. Ah, Bunny. Bunny, Bunny macht teil. Ah, ja, ganz toll. Lass dich mal treffen, Link. Mach das Teil doch jetzt mal kaputt. Mann. Herzlichen Glückwunsch. Hier ist nichts. Richtig. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst alle Gegner nochmal machen. Gut. Ah, ich hasse den Tempel, der ist so groß. Äh. Wir müssen hier irgendwo den großen Schlüssel halten. Ja. Es geht hier raus. So, jetzt geht's da rein. Aber wir haben das Item noch nicht. Aber es geht da hinten trotzdem weiter. Es geht hier zurück. Wir haben den großen Schlüssel nicht. Was bedeutet, was bedeutet, was viel bedeutet, wie, sie sind hier komplett unnötig. Was mir so viel sagt, wie, Alter, legt mich doch einfach am Arsch. Und hier lächelt mich mein Glück wieder an. Mit vier Feen auf einen Streich. Und die fünfte folgt zugleich. So. So. Heute bei Steffens Reimstunde. Wie spielen wir nicht The Legend of Zelda? Ungefähr so. Die schießen hier Laser. Das will mir einfach nicht gefallen. Habe ich das hier weggeglitscht? Nee, das springt da oben hin. Ich wollte ihm schon sagen. Gut. Wegen dem Schlüssel bin ich eigentlich hier. Denn den brauche ich da hinten, glaube ich. Äh, lass mich einfach in Ruhe. Ja. Toll. Bitte. Äh, nee. Ah, doch, darüber komme ich zurück. Wir holen uns erstmal eine große Magieflasche zurück. Gehen dann da wieder hoch. Aber, nee, er ist mit einer Fee. Ah, ich habe doch Feen genug. Wegen den zwei Herzen hole ich mir doch jetzt nicht ernsthaft noch eine Fee. Ich bin doch nicht bescheuert. So, eigentlich bin ich doch bescheuert. Jetzt gehen wir hier lang. Und holen, äh, besiegen erstmal wieder die nervigen Gegner. Und dann holen wir unser Item, würde ich sagen. Jetzt ging das überraschend einfach. Ah, ja, Pfeile können wir gegen die auch benutzen. Stimmt. So, jetzt geh mal raus. Das war hier längs. Leck mich. Ja. So, was bekommen wir wohl als Item, wenn hier so viele Laserstrahlen rumbollern? Du hast den Spiegelschild erhalten. Damit lassen sie Strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Ja, das ist auch ziemlich klein. Das Schild. Also, ich habe jetzt auf ein größeres Schild gehofft. Aber egal. Da ist auch gleich die Boss-Tür. Mann, der Tempel ist gar nicht so lang, wie ich immer dachte. Kann jetzt nicht irgendwie der Boss sein? Ich höre mal auf, so schnell da rum zu hupsen. Arsch. So. Hier dürfen jetzt auch noch ein paar Herzen drin sein. Nö, warum denn auch? Braucht ja keine Sau. So, wo geht man? Sehr interessant. Gut, das war die Verarschentür. Ja, so ungefähr ist es. Wisst ihr was? Benutzt den Umhang einfach nicht link. Das ist okay. Das funktioniert so nicht link. Du bist dumm, Link. Eigentlich bin ich dumm. Wäre egal. Och, nee. Im Dunkeln? Nee, bitte nicht nochmal so eine Scheißstelle mit denen. Bitte keine Fackeln anzünden. Bitte keine Fackeln anzünden. Es reicht, wenn man hier einfach rumfahren muss. Irgendwo eine Fee oder so. Herzen sind auch okay, aber irgendwo eine Fee vielleicht? Nee, 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 nee. Ich fahre nicht zurück. Was machst du, Link? Irgendwo eine Tür auf. Welche Tür war das? Nein! Was machst du, Link? Link! Na, Link, du bist einfach so komplett bescheuert. Bitte lass es hier die Tür gewesen sein. Ohne Scheiß. Ich hab nämlich keinen Bock mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Aaaaaah! Verarsch mich. Und es piept wieder so arschgeil. Ihr wollt mich doch alle kräftig verarschen. Natürlich. Ich mein, warum auch nicht? Ich mein, es ist doch... Es ist ja wohl klar, ja. Dass hier der Schlüssel ist. Ich piep schon wieder. Alter, was zur Hölle? Alter, was zur Hölle? Fick dich! So, hier ist ein Raum, der ist bestimmt optional. Bitte lass es ein Feenquille sein, weil die brauche ich jetzt. Jetzt geht wieder raus. Was ist denn das? Was ist das denn bitte? Okay, ich beschwere mich gar nicht, ja. Ist nun mal so, wie es ist. Alter, halt...